und willkommen zu Teil 2 der letzten LX-T-Sendung hier ist mitgeregt mit dem Kuchen mit dem DM von Rohr ein Kuchen hat heute Hallihallo kann man was anfangen wer denkt du gewinnt hier Hohoho die Nembo erst Jung erst erfahren er ist also eigentlich das erste hier also sind over the top rope holy shit ja gut da könnten auch die alten Eisen was reißen der alten Eisen was reißen das klingt geil aber wo wir schon bei sowas sind ich will eine eine Ankündigung für morgen machen für RAW und zwar habe ich schon etwas vor bereitet natürlich die Karte ist ja logisch und so wird es ein 20 Mann over the top rope Match geben 10 von Rohr und 10 von NXT und der Sieger wird im Main Event und der BW Happy World Championship Match stehen natürlich sind dann noch fünf andere aber die Nummer 6 quasi ja da kann man glaube ich gespannt sein auf morgen ja da will ich auch den Volk spannend natürlich auch noch ja das ist ja erst da ein paar ist ja erst hier glaube ich richtig die Hälfte so ich verstehe ich und da hat immer noch keine Riege nicht hinein oder nicht fast geht es hier um was oder einfach nur die Befüllung das ist auch um was geht und dann wird er zu kämpfen wird er der erste der fliegt das wird schlecht und aufhängt auch die dich auch unten und er kann er wird nicht so ganz erfolgreich kann ja nicht umklappen so gut der nächste Prozent und wird wir aus dem Krieg ein Dreckschecke so wenn man sich damit vor also ich denke der Rücken könnte schon sein wenn die eine von beiden oder Bruder aber schon mal und dann gibt es hier den eierprecher und henry 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 wenn die fliegt von Meike fliegt Romain Garno und die Spuren hier ich weiß nicht ob das erste Läge also wenn ich alles nicht noch nie hat die Tiefel hat und dort es ist er hat er macht die Arme doch wenn es der hier gewinnt diese sich mit der Reihe um Topo jetzt da hier noch mal das ende schauen wir uns das mal an und hier wird der bruder in mir und direkt raus geschuftet hier der gewinnerin so haben wir nix und schon mal dunkel machen war schuft und das nächste match dann schon match nummer um viersten das sieht groß aus ist groß was für eine kacke eine große kacke mit dem match war es das bestimmt die frau die titel match war so wie ich dich kenne so wie ich dich kenne ist das titelmatch davon am ende ja ich kenne dich und es ist los wo doch nicht falsch gedacht jetzt naja die hast du mich auch reingelegt haxana wäre ja blöd wenn man immer das zeigen bringt ja stimmt schon hast du recht also ein match volles match so die erste die championesse und wieder ein helles match oh ne hat sie noch gar keinen oder das erste weibematch war auch schon ne das erste diebenmatch meine ich war auch schon helles match stimmt und der kommt jetzt also die 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 den sound Annand könnten schon wissen hä aaa ne ha aber du hörst doch grad nicht mehr ne vom namen her vielleicht aber damn it ich kann mir den namen schlecht merken irgendwas mit a war das oder ne mit m ach verdammt mary verdammt mary mit a waren schon alle eine war noch nicht aber die konnte doch nicht ja mary und ich bin jetzt nicht voreingenommen ich lass den einmarsch bloß einfach so fast komplett laufen hat nichts zu sagen doch hat was zu sagen wer kommt denn jetzt Nummer drei Lieder laut wild wie ist Leder Bitch was Leder Bitch Alicia durfte ja ein sehr interessantes Titelmatch sein uh Libella Liki Besser als Brie und wann warst du jetzt noch besser meinst hey 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 Israelites hey 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 Ja Ich... Rockless! Lana the Lake Jetzt gibt es bestimmt Ärger hoch Und das wäre die Diva Nummer 7 hier, aber es gehen nur 6 Leute Oh, schade Aber ich denke das ist genug Unterhaltung Wer denkst du denn Colt den Titel oder behält ihn? Summer May Ich denke auf einfach mal in drei Weibern Drei? Ja, natürlich, die die oben sind, das sind alles... Der mit, ey, du Wichser Ja, so kann man natürlich Unmatch gewinnen Ja, äh, wieder nicht Noch sicherlich, äh So, okay, schauen wir mal Ah, geht nicht, ob ich selber losgeblüten tue Hier geht, wie? Was? Hier geht... Hast du rackzack... Hier geht... Hier geht... Vielleicht bin ich schon so drin Wie, Sandwich Wie, wuhu, wuhu, Sandwich Larry geht fliegen hier Und... Das ist Larry Escher auch Larry geht fliegen, hehehe Larry ist gar nicht dabei Ja, ich weiß Larry ist dabei, aber nicht Larry So, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt erst anfangen soll Also, äh, mit kommentieren meine ich Yes Das ist zu viel Action gerade einfach Zu viel Action Aber... Iiii 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 Ja, tschüss Sarah, geht dir in der Ja, tschüss Hehehehe Wie du immer so ein Bullshit schreibst Sarah, den are damn it! Schreibt der an Nö Also Lana geht hier in die Ring... Ecke Jawoll Bosch Und Lana hängt in der Ringecke hier Genau, die Lana Und dann gab's schon den Finisher von Oxana hier auf Mari Und? Naja, statt schon da Samada Jaja, die will ja auch den Titel Ich Hat er letzte Woche Your Money in the Bank Match gewonnen Wuuuuhu Ganz offiziell jetzt, also Also die, also die hat einen Grund, dass sie dabei ist Sagen wir mal so Ja, leider nur nicht Ohne Cash-In, ne? Wieder leider nicht Kein Cash-In-Koffer, das ist bloß ein Titel-Match-Koffer gewesen Ach so war das Ja Auch Cash-In geht in den Spiegel über nicht so wirklich Ne, das geht nicht so richtig ändern Ja, vielleicht machen wir's halt beim nächsten Schauen wir mal Neul, was macht die hier, äh, Niki da Niki? Niki! Oh, da gab's die Powerbomb hier von Sarah, äh, Lana H ERW, H haha Hi, P spiritität蛇 Ponku, warteig, niki da Hatte schon ein paar ob association Und so Von Oxana soll hier auch was Und da Was giwi Und.. Einmal Sir F bzw. St To Da kommt der armed Paul Trieber Ach, da kommt wieder diese Doppel-Kickl-Odd. Jep, so ein Schwachsinn. Und eine Rohrfeige von Oxana. So, geht nach. Und dann geht's dann aus. Dana hat mit Samaray zu tun. Hm, die Dana. Und Konter von Samaray hier. Huch. Und ein Bulldog. So, Mary hat hier Asha im Wickel. Äh, Schau, und Double-Team-U4. Double-Neck-Präger. Da kam's dran. Lana wollte sich hier Mary schnappen. Und die springt daneben. Daneben. Dammit. Die Lana. Und wer hat jetzt gesagt, könnte gewinnen hier? Ähm, Samaray. Naja, stimmt, hat er gesagt. Ah, die verliert jetzt wahrscheinlich. Eins, zwei, ich seh nix. Scheiße. Neck! Aber... kam ja noch mal raus, wie ich gesehen hatte. Und Kamaray, Mary. Ah, die kam noch mal vorzeitig raus. Und da kam, finde ich ja glaube. von Samaray. Und Konter von Aktana. Ne, war kein Wimsel. Ah, die Sala dreht durch. Abgewimmelbimmelt. E-Mail. 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 Und ich glaub's war der Finisher von Nicki hier. Cover! Und die dreine rein! E-Mail. Eins, zwei, sie... Ach. Ah, gut. gehabt da kam dann noch mal aus ach so wagen da draußen wie in hause wenn ich davon lange oder lana an der kohle hat und nicht die die und dann kommt wahrscheinlich das bin ich auch effekt geallt ja da ist es was da kommt geht im ring weiber ex-auber-ex-auber das wird nix 1 nein nein Niki Bela ist bei ihr die war es zu erinnern gut war eigentlich für alle verdient die waren eigentlich alle gut dabei lernen wir es haben wir sagen er hat verloren nena hat verloren ich habe auch verloren Ich glaube, ich muss noch mal eine extra NXT schon machen, da gibt es einen Rückmatch. Gegen alle drei? Nein, 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 nein. So, haben wir die neue Championäste. Zwei Titelwechsel heute, wa? Okay, Bella. Und vielleicht wird ja morgen Pre-Bella Champion, das wär's ja natürlich. Wär lustig. Jetzt erst einmal die hier. Erstmal. Erstmal. So, machen wir mal da das Licht auf. Lights off. Das war Mat Nummer 5, glaub ich, war das, oder? Genau, Nummer 6. Ja, und auch groß. Oh, bleep. Und es ist auch wieder Raw gegen NXT. Alles klar. Und es war von den meisten auch eigentlich erwünscht sozusagen, zwar nicht in der Form, aber so drin wie sie es haben wollten. Mhm. Ja, dann schauen wir mal. So, Elimination Team auf jeden Fall schon mal. Triple H gegen Batista. Ja, und dann sehe ich Iceman und Goldberg. Ah. Da sind aber noch zwei dabei. Die mir gerade nicht sind. Kann ich gar nicht fragen, wer du denkst, der gewinnt, du siehst ja noch nicht alles. Richtig. Chris Jericho ist, glaub ich, auch noch dabei gewesen. Ja. Da wären sie vielleicht denn. Ha. Ich hab doch. Jetzt erst mal Batista gegen Triple H. Triple H, genau. Die beide erste NXT getraftet sind wieder. Richtig. Also die sind ja, also die waren ja beide bei NXT und dann sind sie so, ne, nur, ich glaub nur Triple H war bei NXT. Genau, no Triple H. Der ist dann zu Raw und jetzt ist er wieder hier. Mhm. Mhm. Und hat Batista mitgenommen. Dafür sind wir zwei andere drüber. Wusch. Und konnte jeder. Nicht wusch. Ja, doch Doppelwusch. So, da kommt dann gleich der erste. Da ist ja schon. Ja. Schon nochmal, wer als nächstes kommt. Es ist. Chris Jericho. Und da hinten haben wir ja schon. Da hab ich Kevin Steen gesehen. Na, dann hast du die Teilnehmer schon alle im Blick gehabt. Ich denke, Jericho gewinnt. Du bist doch bloß eingenommen und halt davon rollen. Ne, weil ich hatte letztes schon ein Elimination Chamberlain Match gehabt. Und Jericho war als erstes dabei, war schon komplett down. Und der hat das Gewinn gewonnen. Down. Ja gut, aber du hast andere Gegner. Nein, mit dem Impact Devil hast du ein anderes als er bei mir hat. Was ist das Problem? Ja, das kann schon sein. Bei dir alles abräumen und bei mir überhaupt nicht. Hm. Aber schauen wir mal. Yes. So, also, der Rohranteil ist jetzt nicht ganz zu groß, aber immerhin sind es uns zwei Leute. Noch? Ja. Also, nein, insgesamt sind es zwei. Ach, sind nur zwei. Dann bist du nicht schlimm. Ja, weil schon der Finish ist gut. Pin. Eins. Und der kommt da. Steenie. Steenie. Und Lana. Und Lana. Und Lana. Der Finisher. 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 Der Fischer. Und das Superkick, glaub ich. Das war, glaub ich, auch ein Finisher, oder? Das ging nicht schnell über. Also, der liegt mit der Jericho flach. 1-1. Ne, das war noch das andere. Zwei. Oh. Rudi. Der wär dein Hauptfavorit Faschen draußen gewesen. Mal wieder. Wieder ein Superkick. Also, ich glaub es kein Finisher. So, Cover. Nochmal. Boom. Draußen ist er. Und. Natsch. Die. Push. Cover. Und, äh, spielen hier. Triple H. Oh. An H. Triple H. Triple H. So, da kommt gleich der Nächste. Yo. Entweder der Goldberg oder der Eisberg. Äh, Eismann. Goldberg, Eisberg. Schart mischen hier von Batista und Cover in der Ecke. Goodberg. Aber zählt gar nicht. Sehr gut. Jetzt geht das. Jetzt. Ja, da war's schon so raus. Goldberg gegen Krex. Goldberg gegen Batista. Das wär doch in echt mal was, oder? Das wär auf jeden Fall ein Match-Duo. Das gab's ja schon mal, glaub ich, so ein bisschen. So, 2-Agent hier mit dem Cover. Wasch. 3? Oh, nein. Nein. Das war kurz vor 3, ey. Das ist kurz vor 3, ey. Nee, das macht lange nicht. Ja, wir haben kurz nach 7, ne? Ja, wir haben kurz nach 7, ne? Aber Goldberg rotiert auf Batista ein und Stietenhaut hier unten eigentlich zu tärisch wohin. Hä? Ist der draußen? Lol. Haben wir was verpasst, oder was? Haben wir verpasst. Vielleicht hat der grad dann aufgegeben in dieser Submission vorher. Das ist möglich, ja. Also Chris Cherico, mein Hauptfavorit ist raus. Scheiße. Wer ist der, wer ist der nächste? Ach, kacke, ey. Batista ja oben war mit dem Cover. Ich denk mal, dass Steaton, oder? Und der Steamboy mit dem Cover. Eins. Drei. Drei. Batista mit der Batista-Bomb außerhalb an Goldberg. Oh, wow, 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 batsch. Das tat bestimmt weh. Aber im Ring. Und der Eismensch steht nur da. Eins. Drei. Oh, und Goldberg auch mit dem Kriegaut. Der einzige von Raw ist noch. Ja. Au. Bis jetzt hat ja quasi Raw nur verloren. Ja. Ja gut, ich glaub, jetzt stehen die Chance auch nicht so gut. Ja. Steaton mit der Powerbomb und das hat nen Goldberg. Ich hab grad auf den Steam gekuckt. Auf jeden Fall Cover. Hä? Na ja, nur gekontert eigentlich. So. Ja. Cover von Steam. Wieder Konter. Oh, oh. Da kommt der Finisher. Check. Na, Powerbomb. Boom. Vielleicht ja keine Powerbomb. Naja, das heißt aber so. Zwei. Und drei. Batista wurde eliminiert. Wom geht er jetzt wieder rein? Ja, weil er raus muss. Ist das eigentlich die andere Seite gewesen? Na. Und du musst Triple H aufgeben. Wow. Zipirak, schau. Zipirak. Oh my gosh. Ich glaub Lana hätte aufgeben. Wasch. Gut mal, jetzt im Rausch. Im Goldrausch quasi. Obwohl es kein Titel ist. Der Match ist. Aber der kommt morgen bestimmt auch nochmal dran. So Cover vom Eisberg hier. Wasch. Drei. Uah. Nein. Wasch. Es dient mit der Submission hier. Boah. Wenn das der Winz sehen würde ey. Ja, da wurde es sich dann lang erschneidert. Dammit. Das ist jetzt. Das ist extrem. Das wollen wir nicht. Das ist wie zur Streiße. Ne, wegen nicht. Benoit. Benoit. Boah. Ah, äh, äh, äh. Da bist du Ring hier, oder? Ne, das ist gar nicht. Sammischen. Doch, Sammischen. Oder, das ist es jetzt. Ja, ein Armbar von der Seite so. Und gecondert. Steam Cover. Steam Cover. Steam Cover. 1. 2. Oh, Diggi. Oh, Diggi. Goldberg ist draußen. Bro, wo they came to me? Nein, 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 nein. Bro sucks. Bro sucks. Dammit. Da kommt das, da kommt das. Da kommt das. Und da kommt was? Eine ganz komische Kombination. So eine Powerbomb und dann... Boah. Genick bruch. Eine Peiltreiber-Powerbomb-Kombi quasi. Boah. Dann hat er noch nicht mal ein Kick-Out, also... Wird schon rein stehen. Ja, der ist ja noch ziemlich frisch. Ja, der hat auch mal einiges eingesteckt außerhalb. Ja, der hat auch mal einiges eingesteckt außerhalb. Ja, der hat auch mal einiges eingesteckt außerhalb. Da geht's ja auf Triple H. Ohne Sorn, heikel. Eins, zwei, drei. Oh, die beiden Neulinge sind alleine. Und jetzt du Red, tsch, 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 tsch. Der... Sigma Thron. Fincher. Fincher? Ja. Oh! Schon wieder hast du falsch gewertet. Der Eismann. Ja, der Eismann. Der Eismann. Der Eisberg. Holy shit. Der Eisberg. Die hätten das gedacht, also ich nicht. Ich auch nicht. Ich dachte ja nicht, eher einer von Rom hat's jetzt endlich mal. Hm. Da haben sie nicht die Rechnung ohne den Eisberg gemacht. Äh, Eisberg. 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 Hihihi. 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 Ja, der hat... Der war eigentlich ganz gut in dem Match. Ja. Ja. Oh, jeh. Ich hab's nicht. Das Spiel hat er gesiegt. Gut. Main Event time. Oh. Das verspricht natürlich noch mehr. Mach mal erst mal das Licht aus. Dumm. Gut. Und wie ich ja schon sagte, ein Match habe ich abgeändert, wo du noch nicht weißt. Mhm. Wenn du die Liste nebendran hast, wüsstest du, dass das jetzt das Match hier ist. Ja, das NXT Tag... Äh... NXT Championship. Ist klar. Ja, aber ich mein, ich rede grad von den Leuten die sich teilnehmen. Ja, das werde ich dann sehen. Ja, das werde ich dann sehen. Lass mich überlaschen. Kein... Keine. Der NXT und Doppel-Tag-Team-Champion. Ja. Der hat sich umgezogen vorher. Stimmt. Der war ja vorher komplett in schwarz. Schwarz. Und es geht auch um den NXT Titel, wie der Sachs ja schon gesagt hat. Der Sachs... Der mit. Ich glaube, jetzt können wir alle komplett kommen lassen, oder? Ja. Natürlich. Natürlich. Okay. Wow. Der. Der Bangkok-Champion. Ja. Jetzt kommt Nummer zwei. Duff 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 Duff. Der NXT und Raw-Tag-Teams-Fanienz. Ja. Das noch Brock. Das ist ja mit Titel, deswegen geht das nicht. Trick. Das ist ein Feuerwerk. Yes. So, Nummer 3, den dürftest du auch noch kennen, also wissen wir es ist. Damien, das habe ich schon gehört. Hat er noch deine Image-Klausel? Richtig, natürlich, muss er einen wissen. Jetzt in der letzten Show. Hat jetzt zwar nicht direkt dann angekündigt, aber ist ja heute die letzte Chance. Richtig. Richtig automatisch. Yes. 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 Hallo, ja. Da haben sie wenigstens noch nicht, sondern wir behandeln die jetzt aktuell. Yes. da war auch noch wenigstens ein dem ihren jetzt ist er in die rau da bin ich spannend wer alles dabei ist hatte ich aber der mutter dabei sein guck mal was der da noch hat ein auto ein aussteig gefogelt ich habe schon gesehen dass der titel um sich trägt aber muss sein wwe titel als kleines tribut mal da sind quasi nur zwei euro ja und eine legende die war quasi andere die 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 Schatz Hörte Hörte Schade Nicht ganz alt aber die Mittelalter So jetzt geht los mit äh weiter mit Rohr Ah der amtierende BIDAW Heavyweight Champion Äh Ist da falsche Titel Ist da falsche Titel Ist jetzt egal Und dann gibt es hier auch bei NXT Feuerwerk natürlich Juhu Man kennt es ja nicht anders Yes Aber wäre schon lippig wenn er mal wieder bei Rohr auftauchen würde Auftauchen Yeah Bye bye yeah Wasch Aber jetzt taucht er erstmal bei NXT auf Ja Und feiert vielleicht seinen Sieg heute Morgen dann ja bei Roar Weil Im Main Hat ja den Haupttitel Richtig Vielleicht sogar da 2 Ja aber da gibt es noch Es ist ja Nee Weiß ich nicht Okay So eine Roar da kommt noch Ja Wer wird es sein? Na ich weiß schon Undertaker Deathman Der Intercontinental Champion Ja Ach rechts? Ja So He Habst du gesagt? Ich dachte ich hab den Titel jemand anderen gegeben Dammit Ach nee Der braucht den Titel Der ist ohnehin schon episch Ja Wir wissen es ja eigentlich Also nicht zumindest Ich weiß nicht Der macht weiter der braucht zu lang Da hoch Los geht's Der ist nicht dabei Juhuuu Und Ihr müsst da wie wir eh ist auch nicht dabei gewesen So Wer denkst du entscheidet hier für sich? Pfff Schwer ich kann mich da nicht verflügen also auf jeden Fall hat er ja der Kane heute schon mit dieser Verteidigung da ist eine Ausstunde wenn sie sich vielleicht auch so empfehlen das stimmt ja schauen wir mal, hau rein ey die, ey die aber das wäre ja was, wenn der den Siegwitz gewinnt das wäre schon eben, dann müsste ich ja wieder ein bisschen umstellen dann dann müssen wir die Hau rein mitnehmen ne, du hast ja keinen NXT Titelmatch eingeplant, oder? ne also ich brauchst den Eddie, weiß ich gar nicht so, aber Eddie geht ja das letzte Mal auf Damien und Kane auf Edge oder andersrum die hatten ja schon mal ne ordentliche Match wer? wir hatten schon einige gute Headmatches zusammen Edge ja die Story dahinter ja das stimmt war schon sehenswert auf jeden Fall Eddie und Lesnar eigentlich auch schon mal so ein bisschen richtig ja klar, ein bisschen aber nur Anderländer und Damien Uppercut ja Eddie sie sau bei dem hab ich mal die Finisher abgeändert glaube ich no ha ha Dreck warum hat der jetzt schon Finisher? weißt der Anderländer, der ist da overpushed in dem Spiel Dreck wusch der Bruder haut zu yes aber Eddie gegen Lesnar das war ja schon damals was eh Brock Lesnar total als Tier also da war ja noch Lashi ging es dazu jetzt muss ich mal sagen da war schon zwar ein Monster aber jetzt ist er ja richtig brutal jetzt sind vier und dann der erste Titel also der erste BWE Titel für Eddie Guerrero das war schon was aber leider das einzige das war schon lustig aber auch die Story danach mit Stone Cold war schon Geld Staukaut Staukaut ja da war das Match bei Rest 1 aber das sind noch alles weiß ich nicht mit mehr Schwung irgendwie aber von Kenia heiz heiz ah das Match mal richtig lahm bei WrestleMania Akeo wo man denn Akeo ich den mal die gegeben habe so damit ich hab den mal die hat der jetzt High-Flyer-Moves oder was jaja ich hab mal das komplette Moves jetzt mal von dem geändert alter aber so hat doch auch Schwung kann man das sieht man auch nicht oft holy shit ey der High-Flyer-Taker der High-Flyer-Taker mit seinem Alter mit seinem Alter kann der das noch natürlich jawoll aber Edge der Champions schafft er es hier nein take-on saldo saldo den jungen 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 wo die hier mit dem suplex aber nur mit dem Einfall nicht mit dem Dreifer das lesner geht hier auch den Partner los ja alle ging alle und wenn es um so einen Titel geht ist oh soll was kommen soll was kommen damien cover kommt der von Kane und da kommt gleich der 2 2 2 2 2 das ist zu viel das ist zu viel nach Hause jetzt hier mit dem Einroller und schon jetzt und und ich gehe hier wusch alle drei wusch und mädwursch du bist dauer der hat er vorher auch zum sieg gebracht gegen eddie wusch aber jetzt steht da viel zu viel rum ja und dann kommen die cover auf jeden Fall schonmal und da springen sie wie die Affen durch ok Undertaker kommen jetzt hier um Lesner ich zeig dir ein Uppercard Uppercard dreifach cover und dreifach wo wo holi schützt mich heute beide um bei dem page und das vielleicht erst sie was knacken zauern aber von eddie hm jetzt ist schon ziemlich blöd gerade muss ich sagen er hat doch andere finden können ich hatte dass man macht es das wie bei Wrestlemania das Wrestlemania denn das war schon was das dass der Lesner den Undertaker bei Wrestlemania besiegt das war schon und dann sagen immer alle ja die WWE ist das so vorhersend ich das er hat gerechnet niemand kann ich mir nur vorstellen dass das jemand schon kommen gesehen hat wir haben alle gedacht dann dass da andere Taker gewinnt wahrscheinlich also so hab ich auch gedacht ich bin ja mal der Meinung gewesen der wird denn mit ins Grab nehmen der Taker die Serie hier so aber doppel aber leider kam ja aber das passt aber das passt aber von Lesnar ne von Eddy das passt das passt aber zu seinem Gimmick jetzt vom Lesnar das war auch wichtig deswegen ist er jetzt auch Champion vorher das einige ja ganz anders zu sehen ich finde es gut so aber von Karnel 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 Okay. Nach der Show. Okay. Cover von Damien. Damien? 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 Damien hier mit dem Unter im Cover. Das war's. Das war's. Damien Sender! Ist ein neuer NXT Champion! Aber gar nicht. Ja. Ganz unfair, ja. Das war ja unfair. Da war's ja auch. Hat er eigentlich am wenigsten von allen gezeigt. Eigentlich schon, ja. So, guck mal, hab ich denn überhaupt hab da Karten drin? Hab ich schon, aber... Doch, doch, doch. Aber nicht wo. Hallo, ja. In der letzten Schaufel verliere ich meine beiden Titel. Das gibt's da nicht. Ja. Aber ich hab' ich eine noch bereiten. Ja, den verlierst du morgen. Aber das ist ja auch Doppeltitel. Hä? Was? Hm. So, ja. Ja. Gut, und wie ich schon sagte, wir gucken noch kurz im Menü nach, ob das jetzt Doppeltitel ist. Haben's was? Eigentlich, ja. Ich bist du in Sachse, ja. Ah, dammit! Ich bin nicht fertig. Aha. So, schau' mal doch mal. Schau' mal, ja. Schau' mal den Lippen mal. Jetzt sobald ich die... mit der Aufnahme fertig bin, gebe ich meinen Leuten den... 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 den Titel wieder in. Nee, machst du nicht. So, guck' mal an. Neue Champions. Links die... Kibala. Aha. Damien. Warte mal, jetzt gehen wir mal hier auf... Green und Kessner. Und drüber. Okay, dann war das... Ich hab's was ausgestellt, aber irgendwie doch nicht. Ja gut, wir können jetzt einmal so sehen, dass das jetzt ein Doppeltitel ist. Ich versuch's morgen noch mal so einzustellen, und wenn's dann noch nicht geht, dann auf jeden Fall geht's dann halt um meine Titel. Machen wir das. Jetzt geht's gut zu sagen um deine, die hab' ich jetzt quasi gewonnen. Richtig. Sobald's irgendwie nicht gezählt hat. Naja. Und hier nochmal Damien, neue Champions, Cesaro, alte Champion, hier auch die alten Champions, und hier Fiki Bella. Fiki... Fiki Bella. Gut, dann sag' ich, wir sind jetzt hier mit der letzten NXT Show am Ende, und sind dann morgen noch mal, das letzte Mal bei Raw. Bei Raw. Und das darf auch nochmal richtig spannend werden, denn auch NXT ist da mit dabei. Ja, und der NXT auch vertreten. Kann ich schon mal dazu sagen, es wird ein schöner Mischmasch. Ja. Gut, dann hoffe ich, es hat euch einigermaßen noch zum unterhalten, das letzte Mal, und ja, morgen gibt's dann noch... Boah. 18 Uhr. Ja, das ist scheißegal, die sehen ja eh bloß aus. Ja, das ist richtig. Hehehe. Gut, also. Dann, das ist der NXT wieder. Ja. Reingehauen. Wie du schon? Reingehauen. David, ey. Du Mixer. Warte, die Aufnahme läuft noch. Ich hab bloß den Stream auf. Achso. Vom Scheißprogramm macht Rückmeldung. Aber nun ja, sicher ist nicht Claudia. Und das ist meine Mutter. Jetzt les Attend die�ue, die im Claren eine Wälder stellen